Hallo und herzlich Willkommen zurück hier bei Chicken Police. Ich wollte gerade wirklich L.A. Noire sagen. Ich habe mir den Sprachfehler gerade noch verkniffen. Wir sind natürlich bei Chicken Bullies. Wir sind jetzt im Büro von Natascha Katsenko. Wir in der letzten Folge waren wir, oder haben wir es geschafft in den Kazaar, ich sage Kazaar Club, ich weiß, das ist falsch, aber ich finde, so spricht es sich einfach besser oder wie auch immer lesen, sprechen. Und ja, jetzt sind wir hier im Büro bei Natascha. Wir können uns natürlich wieder hier umsehen bei verschiedenen Dingen. Und falls ihr ab und zu mal irgendwelche Schläge hören solltet, das sind unsere ätzenden Nachbarn von oben drüber, die meinen an einem Sonntagnachmittag, wobei sie machen es eigentlich seit um 1 Uhr, 33 Stunden irgendwelche Nägel zu kloppen oder irgendwelche Sachen herumzuschlagen, was weiß ich. Danke geht auf jeden Fall raus. Kuss. Und ja, wir fangen mal an. Wir machen die Kronenleuchter. Wir gehen mal von oben nach unten. Sehr schönes Gemälde für Natascha, schätze ich mal. Gee, that is a unique picture. And kind of daring. I admit, I've never seen anything quite like it before. Yes, I admit it's a little daring. I keep it. It evokes good memories. A precious old friend of mine. Pimmel's wonderful artist. He's got an eye, that's for sure, considering his model. Was that supposed to be some kind of compliment? I don't know. I don't compliment often. Not on purpose anyway. So gut. Aber es ist wirklich ein schönes Gemälde. So. Oh. The seventh rule of predation. A chicken police story. So. I bet you spend a lot of your time staring into the mirror. Do you even recognize yourself? Maybe you were trying to be rude, but you know, that's a very good question. I was just trying to be rude. Oh, really? Well, then I'm sorry. Don't mention it. So, was haben wir hier noch? Nichts mehr, ne? Spiegel haben wir schon gehabt. Dann, ähm, jo, würde ich sagen, ab geht's. Wir reden mit Natascha. Ja. Und wir sehen uns. Wir geiern sie erstmal an. Mhm. Okay, das ist dasselbe. Oh, dass es nicht in der Hütte bleibt, ne? Oh, das ist nicht in der Hütte bleibt, Mr. Featherland. In ein Glas. Aber danke. Ich hatte ein paar bevor ich kam. Ich fühle mich, dass es ein langer Nacht ist. Ich hoffe, es geht nicht um dich, wenn ich einen selbst habe. Ich werde mich verletzt wenn Frauen nicht in meine Firma nicht in mir. Oh, du bist ein lustiger Mann. So, ich habe gesagt. Anyway, ein schönes Rune. Ja. Okay, Sonny. So, warum bin ich hier? You know, men tend to babbel in meine Presence. Es muss sein, dass es exhausting ist. Es ist. Aber du bist nicht der Grund, um sich um die Böse zu spüren. Ist es zu banal, wenn ich dich sagen, es ist ein occupationaler Hütte? Terrible. So, kann ich anfangen die Unpleasent Frage? Ich habe dich hier gefragt, dass du was du best machen kannst. Really? Ich dachte, du hast gefragt, weil ich mich zu investigieren für dich. Aber wenn du lieber trinken möchtest... Oh, du hast ein Gefühl, dass du ein Gefühl hast, wie sehr beeinflusst. Nur wenn ich ein bisschen verabschiede bin. Das ist oft ziemlich common. Oh, please drop the act about being the alcoholic, heartbroken ex-cop, Sonny. Es wäre sicher, dass ich dich nicht verabschiede bin. Aber ich habe gesehen, dass du in meinem Raum schüttest. Von der Zeit, du in hier hast du angefangen hast, hast du angefangen, und alles, ich sage, wird in dein Geist. Am ich richtig? Das ist ein bisschen eine Exageration, aber ja, es ist so etwas wie das. Also, die Dame weiß natürlich extrem, wie sie mit ihren Reizen überzeugen kann und mit ihren Reizen noch spielen muss, um die Männer natürlich um den Finger zu wickeln. So, wir schauen erst mal. Wir haben jetzt... Was ist denn das? Ivan... Ach so, ja, das hatten wir, glaube ich, letzte Folge schon. So, Natascha wurde aktualisiert. Ähm, nein. Natascha ist wirklich eine mysteriöse Frau. Und sie wirkt auch gefährlich. Allerdings steckt sie ohne Zweifel in echten Schwierigkeiten. Die Frage ist, ist sie die Ursache des Problems oder ist es jemand anderes? Ja, das versuchen wir natürlich jetzt rauszufinden. So, wir können sie jetzt vernehmen, aber wir sprechen sie nochmal kurz an. Naiv. Habt ihr ever had dealings with the police? Not in this city. And otherwise? Does it really matter, Mr. Featherland? Maybe it does. More than a little. I'm afraid you'll have to unravel that thread yourself. But you will find nothing but a dead end. Mhm, okay. Okay, komm, okay, dann vernehmen wir sie mal. Natascha ist eine confident woman. I can exploit that. But I must be careful. Every part of her oozes danger. Okidoki. Natascha Katzenko. Natascha ist eine selbstbewusste Frau, das kann ich ausnutzen, aber ich muss vorsichtig sein. Ja, das hat er gerade gesagt. Eindruck selbstbewusst. Gut, das war eine bemerkenswerte Vorstellung, Frau Katzenko. Gut, das war eine bemerkenswerte Vorstellung. Geheimnisvoll. Das Bild an der Wand ist ziemlich gewagt. Ne, das würde ich jetzt nicht sagen. Hier ist es wirklich sehr elegant, ihr Zimmer eingeschlossen. Das Ort ist sehr elegant. Und so ist dein Zimmer. Warum, danke dir. Ich fühle mich irgendwie, als ob ich in einem Museum bin. Das ist auf die Art von Museum. The kind with nice things. Oh. Suspiciously nice things. Just like you. Also komm. Do you think I'm suspicious? We'll see about that. Try me. Glauben Sie, dass einer Ihrer Bewunderer hinter den Drohungen steckt? Was könnten Sie zu einem Wessler sagen? Das ist mir jetzt zu direkt. Glauben Sie, dass einer Ihrer Bewunderer hinter den Drohungen steckt? Glauben Sie, dass einer Ihrer Bewunderer hinter den Drohungen steckt? Those who admire me usually idolize me. No, I don't think it's one of them. You know, the soul of an animal is extremely complicated. Sometimes all it takes is a bad look or some small rejection to turn admiration into hate. That's a stillborn theory. No one hates me, if they once loved me, Mr. Detective. Ah, I see. Nur der Eindruck kalt. Ähm, ich schätze einfach, dass sie eine wirklich sehr ausgekügelte Geschäftsfrau ist und, ähm, genau, also wirklich genau weiß, was sie machen muss und kann. Warum haben Sie Deborah geschickt? Sie ist ein nettes Mädchen, aber warum sind Sie nicht selbst gekommen? Dieser ganze Fall schlägt zum Hüll. Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Haben Sie vielleicht Beweisstücke bezüglich der Drohungen aufbewahrt? Oh, alles sehr gute, ähm, sehr gute Fragen. Kurze Positionen wechseln hier auf meinem Stuhl. Ähm, ja, ähm, ich will jetzt erst mal mit dem ersten anfangen, warum haben Sie Deborah geschickt? Warum Deborah? Ähm, ja, ähm, ich will jetzt nicht mehr, wie sie sich verletzt. Ähm, ich will jetzt nicht mehr, wie sie verletzt. Ähm, ich will jetzt nicht mehr, wie sie sich verletzt. She's scared. Now I must concentrate to finally find out what I wanna know. What was in those threats exactly? The message itself is not a threat. It's just a word. But a word again and again is threatening. Exactly. So? You really don't have any idea which word could be used for a woman like me? I guess I do. Yes. I think I know what it could be. Whore. Cat got your tongue? Am I right? You heard it. I said what you were thinking. And yes. That was in the message. That was printed on the paper and painted on my wall in giant red letters. Well. Thank you for your honesty. Okay. Das ist hart. Als Hure betitelt zu werden. Und dann auch noch überall verbreitet wird. Selbst an die Wand. An die eigene Hauswand. Okay. Sie ist ängstlich. Hat niemand den Täter gesehen? Wirklich keine Spur von ihm? Könnten die Drogen etwas mit der gefährlichen Beziehung zwischen ihnen zu tun haben? Was ist mit Filmar? Ist der Irithwing hier? Ah, warte. Jetzt nochmal Filmar. Ich schlage vor. Sie taucht einer weiter unter. Nein, das ist auf keinen Fall. Ne, das ist irgendwie Quatsch. Das erste. Könnten die Drogen etwas mit der gefährlichen Beziehung zwischen ihnen... Hey, das macht irgendwie keinen Sinn. Könnten die Drogen etwas mit der gefährlichen Beziehung zwischen ihnen zu tun haben? Da fehlt, glaube ich, noch ihr, ihnen und Ivan, ne? Ich frag mal Filmar, oder? Ach, er stimmt. Ach, er stimmt. Okay. Das ist tatsächlich interessant. Ein Freund, vielleicht. Ich bin froh, dass du das jetzt gefragt hast. Nun. Ich habe meine Habitungen. Es gibt meine Methoden. Es gibt meine Methoden. Peculiar. Was eine lustige Art. Ich bin ein lustiger Typ. Ich bin ein lustiger Typ. Ich habe niemals getrennt. Und ich habe wirklich keine riesige Beziehung vor Hobart. Eine gefährliche, nicht riesige Beziehung, vielleicht? Ich habe nie mit jemandem genug genug für sie mich zu lieben. Liebe ist nur ein Gesicht von Liebe. So ist Liebe ein Gesicht von Liebe, dann? Ich glaube. Warst du auf die Runde? Nein, Herr Featherland. Ich kam zu Clawville mit einer cleanen Slate. Und ich würde glauben, dass es so bleibt. Du meinst, als die Frau von Ibn Wessler, der größte Mob-Boss in Clawville? Ja, gut mit dem Glück. Uh-huh. Okay. Oder bist du wirklich so schrecklich? Ich wirklich weiß sie. Ich bin nicht leid. Oh, wirklich? Wie? Warst du eine Nurse, auch? Entschuldigung, aber ich glaube nicht so. Sei nicht so schrecklich und so schrecklich, Sonny. Entschuldigung, aber das ist mir, wenn die Feline-Claws auf meine throat sind. Molly ist eine alte und gute Freundin von mir. Sie hat nichts zu tun mit dem, aber ich wusste, dass wenn ich es nicht zu sagen würde, dass du nicht gekommen bist. Ja, Natascha, du bist genau da. Ich wusste, dass du ein guter Fowl warst, dass du mir helfen würdest. Das ist für dich. Keine Ahnung. Flattery funktioniert nicht. Entschuldigung. Ich sollte nicht deine Frau in das gebracht. Du bist richtig, du sollte nicht. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, sie ist meine Frau mehr. Sie ist auf dem Papier, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Ich bin sorry, ich wusste nicht. Wirklich? Ja? Ich habe sie gesehen. Ich wusste, dass ich dich ausgesehen habe, bevor ich Debra schiebte. Du schaffst mich. Dieses Fall wird mehr und mehr intrigierend. Was? Okay. 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 Irgendwas ist da ganz komisch. Sie haben mich von Anfang an hinter das Licht geführt, oder? Was genau wollen sie von mir? Okay. Hat der gesagt, wir sollen jetzt richtig in die Vollen gehen? Also richtig jetzt hart angreifen? Wir sind aber echt gut dabei. Ich glaube, das erste... Oh, ich weiß es nicht. In das Licht geführt. Was genau meint er jetzt damit? Oder was genau meinen wir denn jetzt damit, in das Licht geführt? Bezüglich was? Wegen Molly? Seiner Ex-Frau? Er ist irgendwie nicht richtig. Ich werde hier so gut ausgehen. Was tatsächlich ihr wollt von mir? Du bist wirklich so gut wie sie sagen. Und ich fange nicht lucky dip, Sonne. Find sie. Whoever sie sind. Und... Wichtig. Nicht ganz genau, aber... Something so. Okay. Echte Ermittler. Abschließende Gedanken. Die legendäre Chicken-Pullis ist wieder in Action. Ein wenig erschöpft, vielleicht aber guten Schuss, gute Arbeit. Durch der Kenntnis die Drohung oder eher Beleidigung in den Botschaften an der Tasche ist immer dieselbe. Hure. Knapp, aber trotzdem vielsagend. Erneut Versuchen ist sehr interessant. Also es waren ein, zwei Fragen dabei, wo ich hätte auch noch gern die Antwort von ihr drauf gewusst. Erneut Versuchen. Ich würde gerne mal erneut Versuchen probieren. Schneide ich das jetzt mal. Gut, dann sehen wir uns. Bis gleich. Ähm, wir haben ja davor den ersten Lauf das hier genommen. Jetzt machen wir mal das hier. Die Bildung auf dem Wallen ist ziemlich darin. Nur wenn du wie alt warst du damals warst. Ich denke, ich bin auf einem schlappischen Lauf hier. Komm schon, nicht schade. Ask mir. Okay. Wie alt warst du? ah ja das letzte mal 14 bekommen gut was können sie ein bisschen ich glaube es ist irgendwo in der drog steckt davor haben wir das genommen dann jetzt mal das hier wo können you tell me about ibn wesler you should be more specific what do you want to know oh ja gut was haben wir eben wie haben sie einen kennengelernt wenn die frage nicht zu industry indiskret ist wie viel wissen sie über einem gefährliche angelegenheiten glauben sie nicht dass das ein wenig zu sehr nach klischee klingt das flittchen und der gangster was das ist hart alter das würde ich nicht fragen wir haben ja eben auch schon oder eben auch schon gefragt wie sie und eben sich kennengelernt haben das spielte irgendwie keine rolle wenn immer dass hier how did you meet him if i'm not too intrusive of course you're intrusive but i guess that's an occupation all hazard well yes i was a dancer here in the club in anita jenkins chorus when she was in a good mood and allowed it sometimes i even did her vocals for her although she thought i was an upstart little whore ah oha es gab plus 20 ähm ähm ich ja okay jetzt hat sie sich selber als flittchen bezeichnet das finde ich jetzt interessant wie behandelt ibn sie in letzter zeit sehen sie keinen zusammenhang zwischen den aktivitäten ihres geliebten und diesen drohungen ähm wenn ibn etwas damit zu tun hat ich würde jetzt mal auf das zweite gehen don't you see a correlation between your partners activity and the threat that's the disappointing cop like question i am a cup yes but you're different you're too rough on the outside and too vulnerable on the inside for a regular cop am i that transparent a little bit my eyesight's better than most seriously natasha don't you worry about the possibility of a connection of course i worry about it i'm not stupid those who are clever learn to fear i learned that a young age before i even had the chance to live naja gee well thank you for your honesty deep behind the diamond skin lies the truth ah okay ja gut das haben wir jetzt auch schon gehabt so you're i hope get help ich schlage vor sie tauchen eine weile unter könnten die drohungen etwas weiter gefällen beziehungsweise ne das hatten wir davor ne das hatten wir gefragt ne dann gehe ich jetzt mal oder das hier could the threats have anything to do with the dangerous relationship between you you mean i'm a cat and he's a rat every interracial relationship has risk but yes this one's more conspicuous than most clawville's a very open and free city but i guess you see more radical transgressions than i do one of the most common causes in homicidal and predatory cases ma'am so yes well i don't know about that nobody ever questioned our relationship openly we are what we are and you know if you're interested in my personal feelings danger fills our relationship with a flavor no other can replace it must be one interesting relationship that's for sure i'm not sure i can feel the same but i can certainly understand it maybe one day you'll experience it sonny have you ever been with a predator before well well that's unsteady ground natasha let's turn the questioning around if you don't mind as you wish sonny mhm okay wie viele dummköpfe wie mich haben sie schon benutzt natasha oh das ist eine neue frage how many fools like me have you used up natasha in all my life well i just forget it i don't wanna know curiosity killed the cat no pun intended i'm just joking you're not a fool sonny i know that was supposed to be a kind of insult but it usually rolls right off me i can't take cockadoodling so you can put aside the strutting stuff while you're talking to me fair point broadcast received ma'am oh es gab jetzt eine klatsche okay boah alter oh what the okay das ist ähm das war eine ganz schöne klatsche ins gesicht lassen uns zur sache kommen wie vorher kennen sie molly okay das hatten wir schon i'm 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 luck was genau wollen sie von mir sie haben mich von anfang an sich gefühlt oder you played me from the start didn't you it wasn't my intention i'm an old cock natasha i've played too many of these games and i've been on the losing side often enough so you're going to walk away you're damn right i don't know if it's worth it for me wow money is not an issue oh yeah your fawn had already mentioned that but unfortunately it'll be hard to spend all that dough when i'm dead dead don't even say that do you have a gun me of course you natasha do you have it on you not at the moment well let me give you some advice keep it with you always maybe in your purse you you don't think they whoever they are would hurt me don't be naive natasha you're right i'll keep it with me i don't want to scare you but two cops snooping around can mess something like this up even if it's just two roosters you'll keep snooping thank you sunny maybe you're getting yourself into even deeper trouble with me thank me when this is all over mhm okay ich geh jetzt nochmal ähm auf erneut versuchen aber das machen mach ich jetzt äh off-site der folge ich äh bedanke mich fürs zuschauen und ich hoffe ihr seid in der nächsten folge auch wieder dabei wenn wir hier bei dem fall weitermachen es wird echt interessant langsam ich bin mal gespannt wie das jetzt weitergeht und ich hoffe ihr habt genauso viel spaß gehabt wie ich und wir sehen uns morgen um 18 uhr bei einer neuen folge chicken police macht's gut und ciao